Hey Davy, du bist doch vor kurzem Vater geworden. Weißt du, was das Beste ist? Kinder unter 14 dürfen kostenlos ins Stadion. Niemals! Ich schwör's dir! Wow! Heftig! Ja, dann nehm ich sie gleich mit im nächsten Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir würden lieben Spaß haben. Ja. Ist sie noch unter 14? Herzlichen Dank! Alles klar! Bis dann!